13. Südamerikanisch, südafrikanisch, britische High Society, italienisches Proletariat, du Arschelocke, will mich jemand aufhalten? Fechten, Nunchucks, Autofahren, ja, Automatik und Schaltung. Okay, okay, wow, du bist der Schlechteste, willkommen an Bord. Hey, hey, Dylan. Hey, Dad, ich weiß, wir haben uns ne Ewigkeit nicht mehr gesprochen, aber ich bin unterwegs nach Quahawk. Oh, wirklich? Wann kommst du denn? Dienstag. Sag nicht Dienstag. Oh, 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 ich bin, ich bin den ganzen Tag bei diesem Projekt. Da bin ich echt unverzichtbar, die brauchen mich da, also, man, sowas Blödes. Meg, du hast eine Warze. Wie konntest du auch eine Kröte hier ins Haus bringen? Das ist gar nicht meine. Die hab ich nur für einen Freund aufbewahrt. Ehrlich, es war Mittagspause. Okay, Conny, jetzt du. Conny, der Mikko ist eine Krötenschleckerin? Ich nehme an, unsere dauernde Mützenträgerin will uns wohl verraten, oder? Julie! Hi, wir haben gerade von dir geredet. Hallo, kennen wir uns? Oh, natürlich, nein, natürlich nicht. Du kennst Carina, ich bin ihr Bruder, Stewie. Das freut mich sehr. Ist sie da? Oh ja, ja, sie ist oben. Komm rein. Hey, guck mal da unten, der sieht aus wie ich mit dem grünen Hemd. Der bringt eine Frau um. Ha, 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 ha. Ist das meine Aufnahmebestätigung für Hogwarts? Nein, das ist ein Brief mit der Bitte, keine Steine mehr auf mein Nest zu werfen. Sie haben eins meiner Kinder erwischt und jetzt fliegt's nicht mehr richtig. Gut, dann werfe ich eben Steine auf die Hornissen. Er hat mich angestiftet. Bitte, die Hängesprossen sind auch schon fertig. Oh Gott, und schon sind sie voll von Al-Qaida befallen. Wer ist weg mit euch, Dick? Mann, wenn die mal bei uns einmarschieren, werden die echt super im Hangeln sein. Wow, Quagmire, wie hast du das so schnell zusammengebaut? Ich hab die Montageanleitung befolgt. Komisch, ich hab nur die lateinische gefunden und diese verklemmten Uniprofessoren wollen mir nicht helfen. Oh, 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 ihr müsst leider eure Schuhe ausziehen, Joan, und ich leben japanisiert. Oh, oh, Fußgeruch. Ich muss wieder gehen. Ich hab, äh, furchtbaren Fußgeruch. Glenn, dein Haus sieht wunderbar aus. Ich würde mich jetzt sogar trauen, hier was anzufassen. Wir haben euch eine Flasche Wein mitgebracht. Und dann stiegen Captain Leroy Hotdog Zanzibar und Gina, meine Arbeitskollegin, auf den Rücksitz seines echt supercoolen Raumschiffs. Gina hatte endlich mal das Top an, das ich ihr geschenkt habe, und sonst nichts. Zanzibar wusste, dass er seine Weltraumgeilheit keine Minute länger unterdrücken konnte. Und dann haben sie's vollgetrieben. Und wenn ich dabei gewesen wäre, hätte ich gesagt, oh, super. Jungs, ich hab tolle Neuigkeiten. Mein Dad kommt zu Besuch. Oh, oh, oh. Versteckt die Frauen. Das heißt, wir lernen endlich den Mann der tausend Bräute kennen. Oh, ja, ihr glaubt, ich hatte viele Weiber. Mein Dad hat öfter eingeloggt als Tiger Wolves. Hahaha. Was? Ich geh, das ist ekelhaft. Und ich hasse mich dafür, aber es fühlt sich so gut an. Suchen Sie irgendwas Bestimmtes? Nein, wir sehen uns nur um. Gott, ich hasse es, wenn man so belästigt wird. Peter, ja, könnten Sie uns helfen? Wir suchen einen Totenschädel, den mein Mann weggeworfen hat. Ein Mensch, der immer genügend Karamellbonbons für seine Freunde hat. Okay, also das ist ziemlich cool. Ich will ehrlich sein, wir sind hier, weil wir uns Sorgen um dich gemacht haben. Aber diese Bonbons sagen, dir geht's gut. Mir ging's nie besser. Ich habe mein Leben falsch gelebt. Aber das ist vorbei. Nie mehr denken. Nur noch leben. Hey, Cleveland, was führt dich denn zurück in die Stadt? Ich komme für meinen monatlichen Haarschnitt. Wenn ein Schwarzer sich für einen Friseur entscheidet, ist es fürs Leben. Oh mein Gott, der Geschäftsführer von meinem Konzern. Jetzt kann ich ihn beeindrucken. Hey, Mr. Carlyle. Gucken Sie mal. Das kann ich für unser Unternehmen leisten. Wirklich? Guten Morgen, Lois. Was geht ab, Brian? Was ist mit deiner Stimme passiert? Du weißt genau, was passiert ist, du geiles Biest. Meine weißen Blutkörperchen haben die Pathogene angegriffen und Antikörper gebildet. Und dann wurden die Pathogene durch meine Nieren rausgefiltert und mit meinem Urin aus meinem Körper ausgeschieden, du Schlampe. Ich würde das normalerweise nicht tun, aber ich war mitten in einem Gespräch und ich muss noch kurz antworten. Und ich bin fertig. Oh ja. Okay, nur noch ganz kurz. Und... Das war's. Entschuldige. Okay, also... Nein, das gucke ich jetzt nicht an. Naja, dann könnten wir es vielleicht vom Tisch nehmen. Red einfach weiter. Du solltest ihn festhalten, nicht abschneiden. Dann sag's gleich. Ich habe sowas noch nie gemacht. Geht's Ihnen gut, Brian? Ja, ich freue mich nur so, Sie kennenzulernen. Was machst du? Die Wunde ausbrennen. Vertraue mir, ich bin Pflegerin. Brian! Was ist denn mit Ihnen los? Ich glaube, da ist was angebrannt. Gott, tut das weh. Das tut weh, ist du. Geh ein bisschen Morphium. Barkeeper in Virginia. Wir können nicht nach Virginia fahren. Bonnie und Lois haben das Pärchenwochenende in Maine geplant. Wir fahren morgen früh los. Ja, wir haben lang genug gesucht. Vielleicht kommt der Witz nirgendwo her. So ein Quatsch. Jemand muss ihn erfunden haben. Und wir finden raus, wer. Außerdem macht das viel mehr Spaß, als mit den Frauen in Maine rumzuhängen und sich am Lagerfeuer langweilige Einkaufsgeschichten von Lois anzuhören. Sie haben mir so viel Freude bereitet als dieser liebenswerte Teenager-Mörder und ich möchte mich dafür bei Ihnen revanchieren. Ich habe nicht mal mehr einen Agenten. Dann mache ich Ihnen einen Vorschlag. Ich werde Ihr Agent sein. Sie? Ja, ich kenne jede Folge von Entourage. Ich brauche dafür nur falsche Haare und ein paar Hobbits um mich rum. Wow. Das ist ja noch nie passiert. Was zum Teufel? Das Gewehr habe ich eine Million Mal zusammengebaut. Vielleicht liegt es nicht nur am Gewehr. Was soll das bedeuten? Nun, du hast nicht gerade sehr konzentriert gewirkt. Wenn du mir was zu sagen hast, dann raus damit. Na schön, ich glaube, du wirst weich. Wann hast du das letzte Mal was in die Luft gejagt oder versucht, die Weltherrschaft zu übernehmen oder einfach nur geflucht? Tja, Peter, die Operation war ein absoluter Erfolg. Was werden Sie jetzt tun? Ich habe das Ganze nur gemacht, um wieder zurück zu meiner Familie zu können. Das ist ewig her. Was ist, wenn die mich nicht mehr mögen? Peter, was glauben Sie wohl, wer all die Knochen gespendet hat? Die Mörder. Du, meine Güte, soll das heißen, dass eure Knochen in mir stecken? Ich bring wenigstens ein bisschen Farbe rein. Grüne Bluse, beige Hose, ist ja was ganz Neues. Oh Mann, fühlt sich das gut an, meine Arschklappe aufzumachen. Ich geht, Dad. Wir sind nicht scharf drauf, deinen Hintern anzuglotzen. Ja, da sehe ich noch lieber Meg beim Abtrocknen zu, wenn sie sich nach der Dusche die Pore zerrubbelt. Oh nein, so lässt mich das Universum dafür büßen, dass ich immer so ein Schwein war. Von nun an werde ich mein Verhalten ändern. Männer sind doof. Schwören wir ihnen ab und trüsten uns gegenseitig. Kommt her, Mädels. Doch bevor ich gehe. Hier. Für mich? Meine Niere. Ich wollte, dass du sie hast. Oh, Tobi, sie ist wunderschön. Danke. Ach, das war der schönste Valentinstag aller Zeiten. Chris, pass mal auf. Jackass Nummer zwei. Dieser ganze Tag war eine endlose Comedy-Nummer. Du willst beim Rodeo mitmachen? Das ist bescheuert. Du kannst nicht mit Pferden umgehen und du bist untrainiert. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir, Lois. Wenn das Leben an die Tür klopft, versteckst du dich in der Küche. Ich reiß die Tür auf und sage, was hast du für Peter Griffin auf Lager? Und wenn dich das noch nicht überzeugt, dann lies die Fernsehwoche. Hier steht, Peter nimmt am Rodeo teil und kriegt mehr, als er will. Na, wenn's in der Woche steht? Oh, das war spitzenmäßig, Mr. Seamus. Kinderspiel, so habe ich Bruder Holzbein dort besiegt. Hey, Brian, was hältst du von meinem Schild? Quackmeyers großes Pop-Festival. Schreibt man Pop hinten nicht nur mit einem P? Nein, halt dich fest, Kalifornien, jetzt komme ich. Kalifornien? Was soll das werden? Hast du doch gehört, Captain Süphilis fährt nach Kalifornien. Oh, bitte, du kannst nicht allein mit Quackmeyer fahren. Na schön, pass auf, wenn dir das wirklich so ernst ist. Peter, das ist deine Einladung. Chris, Meg, Stewie und das ist meine. Ähm, da ist bestimmt noch eine drin. Nein, sieht nicht so aus. Oh doch, hier ist sie, für Brian. Nein, warte, die ist für B. Ryan. Cool, Mrs. G. Danke, dass ich die letzten Wochen bei Ihnen wohnen durfte. Hey, Brian, wie wär's mit einer Sportwette? Morgen Abend läuft wieder das Prominenten-Boxen und ich wette, dass Carol Channing Mike Tyson in drei Runden besiegt. Carol Channing? Du glaubst, dass diese uralte Schauspielerin Mike Tyson in drei Runden schlägt? Da setze ich 50 Mäuse auf Tyson. Tja, da bist du in guter Gesellschaft. Fred, der Zocker hat das Gleiche gesetzt. W-w-w-w-w-w-w-w-wetten sind für mich das Größte. Gut um zwei Uhr, wir sehen uns. Die wollen, dass ich für den New Yorker schreibe. Für den New Yorker? Ach, da passt du genauso gut hin wie ich nach Woodstock. Äh, entschuldigt bitte, mir ist zu Ohren gekommen, dass ein paar ungezogene Subjekte da unten Marihuana rauchen. Äh, ich hab Neuigkeiten für euch Freunde, Marihuana ist illegal. Nicht cool. Mein Vater fährt gern weit für gecrushtes Eis mit farbiger Flüssigkeit drin. Sie haben blau. Und wir alle lieben italienisches Essen. Oh, ihr mögt italienisches Essen. Wollt ihr ein Hackbällchen? Ich verzichte dankend, aber es ist ein Jammer, dass wir in Kohau kein gutes italienisches Essen bekommen. Tja, vielleicht sollten wir drei dort ein italienisches Restaurant eröffnen. Unser eigenes italienisches Restaurant? Das klingt fabelhaft. Du, äh, du hast Hackbällchen in deinem Sakko? Hi, Naomi. Hast du das zerreißbare Hüsschen dabei, wie ich dir gesimst hab? Ich habe keine SMS von ihnen bekommen. Ich weiß nicht genau wieso, aber ich kauf's. Hi, Naomi. Hallo, Lois. Und das ist mein Mann Dale. Hallo, freut mich sehr, Dale. Dale? Gut, wenn's sein muss, aber dich nehme ich als Letzten. Voll verarscht, ich kann nämlich nur zweimal. Du wurdest wegen rassistischer Zeichnungen gefeuert, die werden dich nicht wieder nehmen. Du hast recht. Weißt du, wen ich noch toll malen kann? Donald Duck. Ich hätte den Job noch, wenn mehr Verbrecher wieder... So, Freunde, seid ihr bereit für Rocky IV? Legen wir los! Ja! Happy Teufel und Green Day! Was zum... was zum Teufel? Puste den Staub weg. Kacke, sie läuft nicht. Wir müssen den Film gucken, das ist unsere Tradition. Wir könnten ihn auf dein Apple TV streamen. Ach, das ist das. Ich dachte, das ist ein Untersetzer. Ich stelle schon seit einem Monat kalte, feuchte Sachen drauf. Das ist schön, unbeschreiblich schön. Wir verbringen Zeit zusammen, und zwar hier und jetzt, sagte Joe. Ach, entschuldigt. Ich erschaffe mir nur schon Erinnerungen für die Zeit, wenn ihr tot seid und ich Mutterseelen allein. Oh je, Quackmeier, hilf mir mal. Nein, er hat recht. Manchmal sterben Bräute einfach und niemand ist schuld dran. Na schön, es ist 14.30 Uhr. Zeit fürs Essen, weil man an Thanksgiving aus irgendeinem Grund um 14.30 Uhr isst. Und obwohl ich den Schmerz nie überwinden werde, den ich wegen meines Sohnes empfinde, vergebe ich ihnen, weil ich glaube, dass sie krank sind und Hilfe brauchen. Mr. Griffin, Sie sind im städtischen Bauamt. Sie wollten eine Genehmigung für den Jacuzzi an Ihrer Garage. Ach ja, bekomme ich sie? Nein. Ich bringe Ihren Sohn um. Ihr Sohn ist tot. Ist er größer als Superwasserland? Ja, der ist viel größer. Woher weiß der Junge das? Ich hab's ihm gesagt. Ich kenn da jemanden, der mitgebaut hat. Wow, da haben wir also richtig Insider-Informationen. Ist er größer als die sechs Tümpel von Atlantis? Oh, das ist er, Peter. Das ist er, denn er heißt sieben Tümpel von Atlantis. Oh, das ist ein ganzer Tümpel mehr Wasser. Los ins Auto. Wow, du bist aber schon früh auf. Ja, es ist ein echter Schnurrbart-Morgen und ich hab mir den Sonnenaufgang in Jeanshemd, Jeanshose und Jeansjacke angesehen. Mann, die Schnurrbart-Kultur ist echt voll cool. Da hast du recht, mein Sohn. Und jetzt mach ich dir Bohnen und Speck zum Frühstück und danach gehen wir ins Bordell, damit du deine Jungfräulichkeit verlierst. Gefällt dir das? Na, Logo, das ist ein viel besseres Geschenk als der Bodybuilder-Hamster, den ich von dir zu Weihnachten bekommen hab. Warte, warte, Mac, hör zu. Wie wär's, wenn ich... wenn ich dich hinfahre und dich hineinbegleite und was auch immer. Brian, würdest du mit mir hingehen? Bringst du dich um, wenn ich es nicht tue? Ja. Na ja, dann bleibt mir wohl keine Wahl. Oh, Brian, danke, 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 danke. Oh, ich muss mir ein neues Kleid kaufen. In denen, die ich habe, sehe ich fett aus. Oh. Oh, hi, Mac. Hi, Mr. Craig Meyer. Wie kann ich dir helfen? Kann ich mir ein paar Betäubungspillen ausleihen? Oh, klar, klar. Warte kurz. Betäubungspillen, hä? Ziemlich harter Stoff für so ein kleines Mädchen. Ich weiß, aber ich hab jemanden um einen Gefallen gebeten und der sperrt sich dagegen. Ich weiß, wozu du sie brauchst, Schatz. Wie läuft's in der Schule? Oh, gut, danke. Lernst du fleißig? Ja, ja, im ersten Halbjahr fast nur Einsen und Zweien. Oh, das höre ich gern. Gut, wir sehen uns bald. Ciao. So, Leute, das war Louis. Sie sind zehn Minuten hier. Wie hast du Mama aus dem Haus bekommen, damit wir dekorieren können? Ich habe eine sehr ausgeklügelte Attrappe eines Supermarkts aufgebaut. Oh mein Gott, kosten diese Gurken wirklich nur 39 Cent? Allerdings, Ma'am. Haha, das ist unglaublich. Was zum Teufel ist hier los? Mann, mit dir rumzuhängen macht echt Laune, Winnie. Willst du noch ein Bier? Nein, ich würde dafür sterben. Zuerst hast du gesagt, dass... Oh mein Gott, du hast es echt drauf, Winnie. Ich gratuliere. Du hast einen Vollidioten für dich gewonnen. Augenblick mal. Lässt es du gerade über den Mann, der ackert, um dich zu versorgen? Er hat mein College-Geld für Puppenkleider ausgegeben. Peter, Karen, kommt. Ende der Diskussion. Cool. Ich wusste nicht mal, dass ich eine Tante habe. Ich freue mich total auf sie. Ich schwöre es euch, Leute, das wird eine Katastrophe. Wie das alternative Ende von Zurück in die Zukunft. Tja, wenn ich mich sowieso in nichts auflöse, kann ich auch meine Mutter vögeln. Lorraine, warte! Hallo, mein Name ist Marty. Hey Joe, du hast mir doch mal diesen Film empfohlen, von dem du sagtest, er sei dein Lieblingsfilm und ich müsste ihn unbedingt sehen. Backdraft! Hast du ihn endlich angeguckt? Ja. Ist er nicht klasse? Ich fand ihn beknackt. Mach's gut, Joe. Wir sind frei, dein Plan hat funktioniert. Ich hab doch gesagt, die Wachen würden wegsehen. Ach Joe, das war der Wahnsinn. Das war doch einfacher als dem Frühchen Süßigkeiten zu klauen. Oder Tom Brady. Du lässt diesen mega scharfen Knackarsch in Ruhe. Ich hab dich von Anfang an richtig eingeschätzt. Du kannst nicht auf der ganzen Welt tun, was du willst und damit durchkommen. Es wird Zeit, dass dich jemand herausfordert und es überlebt. Impfungen haben ernste Krankheiten wie Mumps, Polio, Pocken und Röteln mehr oder weniger ausgerottet. Wie sauberes Wasser und funktionierende Schulen sind Impfungen ein Menschenrecht. Das hab ich gebraucht. Ein Moralvortrag vom liberalen Hollywood. Die ganze Folge war ein Moralvortrag vom liberalen Hollywood. Das bedeutet mir sehr viel. Es wäre nett, wenn sich jemand dafür interessieren würde. Oh, tut mir leid, Brian. Das ist wirklich toll. Äh, welcher Fernsehsender überträgt die Preisverleihung? Oh, dir wird ein Preis verliehen, weil du gestern so toll abgespült hast? Ha, du hast ein erbärmliches Leben. Wo bin ich? Auf dem Spielplatz, Brian. Ich habe dich entführt. Du und ich werden für den Rest unseres Lebens direkt hier unter dieser Rutsche wohnen. Stewie, was soll das? Bist du verrückt? Das bin ich ganz bestimmt nicht. Ich weiß, was du vorhast und ich werde es nicht zulassen. Du wirst dich für diesen fetten Drecksack nicht umbringen lassen. Ich habe meine Entscheidung getroffen und jetzt binde mich los. Nein, das werde ich nicht. Wie kannst du beschließen, mich zu verlassen? Komm schon, du kannst ohne einen Hund leben, aber du kannst nicht ohne einen Vater leben. Oh Mann, das macht mich so sau wütend. Was? Was ist denn? Die Nummer 1 der Bestsellerliste der New York Times ist Träume, dein Weg zu seelischer Freude von Paulie Shaw. Deswegen hat niemand mein Buch gekauft. Weil sie das hier wollen, Ratschläge, Hühnersuppe für die Seele, den Sinn des Lebens. So einen Scheiß könnte ich in einer Nacht aufs Papier werfen. Ich sag mal, warum du hast Scheiß gesagt. Ich schreib das in drei Stunden und die Idioten überall würden es kaufen. Dann mach es doch. Mr. Präsident, wir haben ein Problem. Die Decepticons haben vor, die sieben Weltwunder zu zerstören. Beginnend mit der Hagia Sophia. Der was? Ist das überhaupt eins der sieben Weltwunder? Die Decepticons haben nur eine Schwachstelle. Eine Bierallergie. Ich hab den Geschmack auch nicht so gern. An der Brustplatte sind sie verwundbar. Wenn jemand ein Bierfass stark genug dagegen werfen könnte, hätten wir eine Chance. Hey, ich sagte, sie dürfen nicht mehr einsteigen. Geh mir aus dem Weg, du blödes Sackgesicht! Oh nein, ich kann ohne meinen gestreiften Einteiler nicht schwimmen. Ihr macht jetzt alle schön Platz. Wir kommen auf dieses Boot. Hey, wo wollten Sie nochmal hin? Biegen Sie in diese dunkle Gasse ab. Was zum Teufel wird das? So behandeln wir Uber-Fahrer in dieser Stadt. Hört auf! Hört auf! Das Geräusch von euren Lederjacken ist unerträglich. Du kannst nicht einfach ein Handy kaufen und Taxifahrer werden. Bitte, ich hab zwei Familien. Peter, mit diesem Pferd stimmt irgendwas nicht. Du kennst dich mit Tieren aus. Dieses Pferd ist zurückgeblieben, darum war es so billig. Ich halte ein geistig behindertes Pferd als Haustier nicht für klug. Schnauze! Du hast doch keine Ahnung. Von irgendwas. Wie du willst, Peter. Bitte behalt das Pferd. Gut, diese Familie funktioniert besser, wenn wir uns einig sind. Und dieses Pferd wird eine Bereicherung für unsere Familie sein. James Woods. Hallo, James. Einen Moment mal, Sie sind nicht James Woods. Doch, ich glaube schon. Führerschein, Sozialversicherungskarte, American Express. Was soll das zum Teufel? Wow, äh, dann sind Sie wohl James Woods. Also, schießen Sie mal los. Was gibt's für neue Projekte, James? Also, mit mir gibt es einen ganz tollen neuen Film. Er läuft nächsten Monat im Fernsehen. Es geht um den 11. September. Der Film heißt Der 11. September. Der Spaß fängt erst an. Peter, darf ich dir deine Familie vorstellen? Ihr seid... meine Familie? Ganz genau. Das sind deine Kinder. Dad, ich bin Chris. Ich bin dein Sohn. Ich hab dich noch nie im Leben gesehen. Wow, das bedeutet, ich bin unsichtbar! Wow, Mom. Du warst mal Miss Teen Road Island? Allerdings. Da war ich 16 Jahre alt. Deiner Mutter ist sogar mal ein Model-Vertrag angeboten worden. Wirklich? Warum hast du ihn nicht angenommen? Das darf ich jetzt gern getan, aber dein Großvater hat es mir nicht erlaubt. Aber, Daddy, die haben mir einen Vertrag angeboten. Mein Kind lässt sich nicht zu einem Model-Dasein herab. Dieser unkeusche Beruf ist unserer Familie nicht würdig. Verschwinde, ich hab zu... Das steht auf dem Schild dort. Ich bin nicht gut im Lesen, Sir. Aber ich habe gesehen, wie unser Herr und Retter eine Frau für eine Weihnachtshubelei hineingetragen hat. Du bist ein guter Junge. Hier ist eine Gans. In welchem Zimmer ist Jesus? In welchem Zimmer ist Lenny Kravitz? Oh, da hätten wir eine Fahrgemeinschaft bilden können. Lois! Lois! Du verdammter Drecksack! Was hast du meiner Ehe angetan? Lois hat recht. Ich bin schon zu lange arbeitslos. Ich finde, du solltest dir etwas suchen, was du wirklich gern machst. Nimm dir die Jungs da drüben als Beispiel. Wo? Wo? Oh ja, das ist ein herrlicher Job. Frische Seeluft in freien Arbeiten. So verdient ein echter Neu-England-Mann seinen Lebensunterhalt. Du solltest mal darüber nachdenken, Peter. Was ist das, Daddy? Das ist der Merkur-Jake, der Planet, der der Sonne am nächsten ist. Äh, Stewie, komm, wir gehen in die Warwick-Mall. Stewie? Ich will Schoko probieren. Nochmal. Lassen Sie den Eimer hier. Santa ist der Beste. Ich werde mir ein Fahrrad wünschen. Ich bin auch begeistert von Santa. Gelobt sei der großartige Santa Claus. Ja, der Typ hat's kapiert. Augenblick mal. Das Geräusch klingt negativ. Santa ist ein Guter, nur weil er eine Liste hat? Wisst ihr, wer auch eine Liste hatte? Hitler! Mein Onkel, der in die Wildnis von Idaho gezogen ist, sagt, Hitler war ein toller Mann. Da bist du ja. Wir müssen Santa in einem anderen Einkaufszentrum besuchen. Ich kann nicht wieder zu Santa, Mann. Ich kann nicht! Hallo nochmal. Hi. Das ist der Typ, der vorhin im Damenklo gepinkelt hat. Stewie? Wenn das vorbei ist, kaufe ich dir ein neues Spielzeug. Mac, wenn das vorbei ist, dann stecke ich mir Steine in die Hosentaschen und laufe in den Springbrunnen. Wie lange wird das noch dauern? Ich weiß nicht, 400 Minuten? Ein Grund, warum ich als Aushilfself arbeite, ist, dass ich Zeit nicht gut schätzen kann. Der Nächste! Siehst du? 400 Minuten. Selbst eine kaputte Uhr steht sechsmal am Tag richtig. Er hat Angst, deswegen muss ich hier sitzen. Würden Sie ein bisschen mit dem Knie wippen? Ähm, okay. Ich glaube, das kriege ich hin. Kommen Sie schon, das geht auch fester. Ich fühle mich dabei nicht sehr... Bitte! Es ist Weihnachten, bitte! Was hat das damit zu tun, dass ich... Tu es einfach! Die glitzig kleine Spinne! Korre auf den Wasserhahn! Warten Sie, das funktioniert nicht. Waren Sie gestern Abend in der Kohok Mall? Nein, gestern Abend habe ich vor der Wohnung meiner Ex-Frau geflennt. Ich habe gesoffen und bin hin, um sie anzuschreien. Der ist es wohl nicht, Mac. Die sagten, mein Santa ist hier und Sie sind es nicht! Es tut mir leid. Das geht mir immer so. Ich wurde dazu geboren, Frauen zu enttäuschen. Und wo ist er? Wo ist mein Santa? Ich weiß es nicht! Ich muss ihn finden! Er hat mich zur Frau gemacht! Wo ist er? Er ist ein Betrüger! Ein großer, fetter Betrüger! Entschuldigen Sie, Ma'am. Sie haben genau 600 Minuten, um von hier zu verschwinden. Aber Sie verstehen nicht... Eins, zwei, 600 Minuten, das war's. Security? Warum habt ihr so lang gebraucht? Lasst mich los! Kraft der Befugnisse, die mir vom Kaufhauskopf verliehen wurden, verbanne ich Sie hiermit aus dieser Maul und aus allen anderen Mauls des Landes. Ach, wa... Warten Sie! Ich brauche meinen kleinen Bruder! Stewie! Es wird Zeit, in himmlischem Frieden zu schlafen. Ach! Wow! Der Kleine ist ganz schön feucht hinter den Ohren! Hahaha! Hahaha! Haha! Ein klassischer Woody! Hahaha! Das ist Woody! Wie kannst du so sicher sein, dass Mom auf dem asiatischen Berg ist? Die Szene, in der wir's rausgefunden haben, wurde geschnitten. Vertrau mir! Fühlt sich an wie in Rocky, hä? Hä? Okay! Seht nur, wir sind fast da! Es ist mir sogar egal, dass ich mein Handy in der Tasche hab. Ich hatte zu viel. Und dann hatte ich gar nichts. Und dann war das nicht genug. Lois! Lois, tu's nicht! Machst du das echt gut, weil ich so viel Zeug hatte? Nein, Peter! Komm nicht näher! Bitte, spring nicht! Bitte! Ich liebe dich! Ah! 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 Lois! Ah! Fühlt sich an wie Cliffhanger, hä? Hä, Chris? Okay! Ah! Mom! Oh mein Gott! Ah! Ah! Lois! Alles okay? Es geht mir gut! Es geht mir gut! Ja! Alles ist gut! Der Müll hat mir das Leben gerettet! Ich bin Müll! Alles ist Müll! Und Müll ist einfach muttervoll! Wenn Mami labil ist, dann fühle ich mich unsicher. Wir sind so froh, dass du dich nicht umgebracht hast! Ich wollte nicht springen, du Idiot! Ich wollte hier nur nachdenken und hab dannetwegen das Gleichgewicht verloren. Aber auf dem Müllhafen ist mir klar geworden, dass er mir das Leben gerettet hat. Nicht nur gerade eben, er rettet mir das Leben jeden Tag. Die Freude, die du in allem findest, die Tatsache, dass jedes kleine Ding, das du siehst, dir Freude bereitet. Das ist die richtige Einstellung, Peter. Und ich will ab jetzt mit dieser Einstellung durchs Leben gehen. Ich liebe dich! Ich liebe dich auch, Lois. Und jetzt gehen wir nach Hause. Ich kann's kaum erwarten, in meinem eigenen Bett zu schlafen. Lass das ruhig stehen. Wir kümmern uns später drum. Oh, okay. Danke, Mom. Das Entrümpeln hat eine Zeit lang Spaß gemacht, aber dann ist es außer Kontrolle geraten. Irgendwie hat mir eine Idee aus einem Zwei-Minuten-Gespräch in einer Morgen-Talkshow doch keine Befriedigung im Leben verschafft. Es hat auch sein Gutes. Unser karges, weißes Zimmer sieht aus wie das von John Lennon und Yoko Ono bei Imagine. Imagine ist zu teuer. Stellen Sie sich vor, dass es Imagine ist. Imagine, Imagine. Religion ist scheißegal und jeder Scheiß ist schlecht. Und Brian, wie geht's Frank Sinatra Jr.? Seht ihr zwei euch noch? Nein, er ist gestorben. Das werde ich nie vergessen. Es war Spiro Agnos Geburtstag. Wow, wie ich sehe. Ziehst du die japanische Paravon-Nummer durch? Ja, ich schätze es, mich als Silhouette umzuziehen, während ich ein Gespräch weiterführe. Entschuldigst du mich bitte? Und, wie war dein Flug? Er war... er war okay. Hey, ich hatte einen Aufenthalt in Atlanta. Was machst du da hinten, bitte? Ich schlüpfe nur in etwas Bequemeres rein. Was hältst du von einem Schlummertrunk? Ich glaube, ich habe... Wer ist das? Darf ich um Privatsphäre bitten? Was zum Teufel war das? Ich habe sehr viel Geld, Brian. Lass uns weiterreden, während ich eine dampfige Dusche nehme. Bittest du, ich habe dich seit fast 50 Jahren nicht gesehen. Und du hast nicht mal gesagt, wie gut ich aussehe. Du siehst gut aus. Und das dank mir. Ich habe eine Pille erfunden, um dein Leben zu verlängern. Sie heißt Semper Fifi. Was? Warum? Möchtest du diesen putzigen Namen gar nicht kommentieren? Ha. Was? Warum? Ich habe es in dein Futter geschmuggelt, damit du lang genug lebst, um zu sehen, dass die globale Erwärmung Schwachsinn ist. Oh mein Gott, wir lagen sowas von falsch. Wenn überhaupt, ist es viel kälter geworden. Ja, und deinetwegen haben wir jetzt diesen Präsidenten Eisbär. Präsident Eisbär, wollen Sie die Robbenjagd wirklich legalisieren lassen? Dazu sage ich nur eines. Fake News. Keine weiteren Fragen. Mr. Präsident Eisbär! Der Robbenjagd ist in weiter Werbung für Kondensmilch. Ich glaube, der Präsident hat alle ihre Fragen beantwortet. Also eins verstehe ich nicht. Warum wolltest du, dass ich so lange lebe, wenn du mich sowieso verlässt? Es ging nicht um dich, Brian. Ich habe es dort nicht mehr ertragen. Das war deine Familie, Stewie. Ich bin wohl einfach kein Family Guy. Mom und Dad wollten immer, dass ich jemand bin, der ich nicht war. Stewie Griffin, komm auf der Stelle her! Ja? Tja, ich habe unsere Fotos für die Weihnachtskarte bekommen. Bist du mir verraten, was du mit deinen Händen machst? Gar nichts. Ganz genau, gar nichts. Und was steht als Text oben auf der Karte? Frohe Weihnachten und ein schockierendes neues Jahr. Und was macht jedes andere Familienmitglied mit seinen Händen? Den Schocker. Richtig. Hör zu, Stewie. Ich bin ein cooler Dad. Es könnte mir egal sein, was du mit deinem kleinen Finger machst. Ehrlich. Aber schockierend ist es nur mit dem Mittelfinger. Hast du kapiert? Verstehst du, was ich sage? Selbst wenn es nur einer ist, ist es okay. Aber einen musst du ausstrecken. Ich glaube, es ist in Ordnung. Es wird bestimmt keinem auffallen. Aus diesen Gründen bin ich gegangen. Das liegt schon sehr lang zurück. Du musst wieder nach Haus kommen. Stewie. Peter liegt im Sterben. Was? Oh mein Gott, das ist ja furchtbar. Wirst du zu ihm fahren? Natürlich. Er hat mich mal gebeten, dass ich, falls er krank wird, seinen Google-Verlauf lösche. Peter Griffins Suchverlauf Milchgebende schwangere Latinas. Wow, das hört sich anders an. Ferkelbleistiftradierer. Okay, wieder in der Spur. Rucksack mit allen Figuren aus Puderbär. Oh, Krebssymptome. Ja, Husten mit Blut. Schmerzen im Unterleib. Puderbär-Sarg. Ja, er ist krank. Da wir gerade dabei sind, sehen wir uns deinen Suchverlauf an. Nein, Stewie, das ist... Spiro Agnew Geburtstag. Merkwürdig, dass du mich mit so etwas beeindrucken willst. Ich freue mich über deinen Besuch. Brian macht gerade Frühstück. Jawohl, freu dich auf Eier à la Brian. Rührei mit einer Scheibe Toast. Was? Was ist daran à la Brian? Das ist nur... Das ist toll. Das ist ganz toll, Brian. Ich freue mich sehr auf dieses exklusive Frühstück. Cool, cool. Wie viele Kleckse Ketchup willst du? Das überlasse ich dem Koch. Gut, äh... Wie lange läuft das zwischen euch schon, Dad? Hör zu, Glenn. Ich weiß, du musst erst mal damit zurechtkommen. Und du und Brian, ihr wart nicht immer die besten Freunde. Naja, das würde ich so nicht sagen. Er hat nur eine starke Persönlichkeit. Also, Denver Airport. Auch bekannt als... Mile High. Ja, weil er eine Meile über dem Meer liegt. Der O'Hare Airport. Warum steht auf dem Ticket ORD? Weil er ursprünglich mal Orchid Field hieß. Wirklich? Ha. Und warum heißt Wilkes Buscranton AVP? Ich werde nicht jeden Flughafen mit dir durchgehen, Brian. Brian dachte, ihr beide könntet den Nachmittag miteinander verbringen. Und ich halte das für eine gute Idee. Ja, Quackmeyer, was sagst du? Ja, na gut. Ich glaube, das kriege ich hin. Großartig. Oh, der Ketchup ist heiß. Was andere kalt servieren, mache ich heiß. Und deswegen Allah. Das ist kacke. Ich will hier nicht sein. Komm schon, wenn ich mit deiner Mom zusammen sein will, müssen wir etwas Zeit miteinander verbringen. Tag, wir haben zwei Gästekarten von einem Museumsmitglied, Ida Davis. Ich finde keine Ida Davis. Äh, und ein Dan Quackmeyer, Lieutenant Dan Quackmeyer. Ach, der Lieutenant. Wie geht's ihm so? Hat er noch seinen Penis? Nein, hat er nicht. Und das ist eine sehr seltsame Frage. Ich bin seltsam. Ich arbeite im Museum. Siehst du, ist nicht so übel. Es ist hier drin wie nachts im Museum. Wieso? Naja, wir... Die Typen alle lebendig werden. Wer denn? Ähm... Naja, die Typen, du weißt schon. Wenn's Nacht wird. Du hast den Film nicht gesehen, hä? Nein. Warum beziehst du dich auf etwas, von dem du nicht das Geringste weißt? Äh, es hat, äh, mich einfach nur daran erinnert... Brian, erwähn das nicht gegenüber jemandem, dessen Lieblingsfilm es ist. Du wirst dich nur grenzenlos blamieren. Das war ein naturgeschichtliches Museum. Das ist ein Wissenschaftsmuseum. Glaubst du, diese Gezeitenkarte erwacht? Glaubst du, dass dieser Mondstein in diesem Raum eine brillante Performance hinlegen wird, wie Robin Williams als Teddy Roosevelt? Mögen sie beide in Frieden ruhen? Sei äußerst, äußerst vorsichtig, was nachts im Museum betrifft. Okay, dann lassen wir das Spiel beginnen. Es passt noch so wie früher. Wann früher? Danke, dass du die Grillparty hier schmeißt. Es tut den Jungs gut, diese Zeit miteinander zu verbringen. Okay, spielen wir. Kinder gegen die Eltern. Los, wir machen diese Kinder fertig. Oh, da ist jemand im falschen Team. Die Kids von heute wollen so schnell erwachsen werden. Deine Zeit wird kommen, glaub mir. Ich bin älter als die Erwachsenen. Ich bin älter als ihr alle. Ich wette, es kommt dir manchmal so vor. Rüber mit dir, Champ. Ach. Na schön, als einziger Erwachsener in einem Team voller Kinder werde ich mich verständnisvoll verhalten, während ich dezent wütend über alle eure Fehler werde. Okay? Break auf drei. Eins, zwei, drei. Break! Konzentrier dich! Können wir uns einen Moment konzentrieren? Und wir drehen uns alle in dieselbe Richtung. Gut, ich sag die Spielzüge an, während ich meinen Mund mit dieser Playcard verdecke. Peter, das ist keine Playcard, das ist eine Speisekarte. Wir spielen Speckburger mit Pommes auf drei. Peter, warum gibst du es nicht zu? Du stehst immer noch auf Los. Das sieht doch jeder. Nein, wir sind getrennt. Wir sind nur noch Freunde. Zurückblickend wird mir klar, dass er recht hatte. Aber die 90er waren aufregend und wir wollten alles erleben, was sie zu bieten hatten. Leute, es gibt ein tolles Konzert in der World Trade Center Plaza dieses Wochenende. Wirklich? Wer spielt denn? Die haben Korn, Cranberries und Cake. Oh, das klingt köstlich, aber wer sind die Bands? Die fangen an mit Korn. Sollte Korn nicht zum Schluss kommen? Den trinkt man am Schluss? Cake kommt am Schluss. Das ist nicht so leicht verdaulich wie Korn. Was für ein Quatsch? Man trinkt einen Korn, um die Verdauung anzuregen. Nirvana. Auch wenn du mir jetzt mit Buddhismus kommst, das mit der Reihenfolge ist trotzdem vollkommen falsch. Ich war auf einem Red Hot Chili Peppers Konzert. Auf Chilis würde ein Korn auch gut passen. Welche Band ist drüben in Europa so populär? Fettes Brot. Darauf braucht man zwei Korn. Es war eine verwirrende Zeit in der Musik. Gut, Zeit für eine neue Szene. Wir leiten über mit einer 90er-Jahre-Gitarreneinspielung, die viel zu lang ist. Warte, Chris, ist noch nicht fertig. Okay, weiter geht's. Womit hast du dein Geld verdient, Dad? Unsere Berufe waren nie wichtig. Es war irgendwas Geschäftsmäßiges. Aber trotz der Trennung schlich ich mich manchmal ins Internet, um mit eurer Mom zu flirten. Tja, ich streich mir jetzt vor dem Spiegel mit dem kleinen Finger die Locken aus dem Gesicht. Willkommen. Sch, sch, sch. Sie haben Post. Ja gut, aber ruhig jetzt. Sie haben Pornopost. Peter, hör auf, mit der Frau zu flirten, die eindeutig deine Freundin ist und guck mit uns Riesenkasten fernsehen. Wir guckten alle Akte X, was der letzte Erfolg von Fox sein sollte. Und es war die Blütezeit der Multikamera-Sitcom. Und Paul Reiser, ihren König, musste man angucken. Vielleicht esse ich diesen Joghurt. Der steht da seit unserer Hochzeit drin. Äh, vielleicht tu ich's nicht. Peter, gib's zu, du bist immer noch verliebt in Lois. Jedes Mal, wenn du sie siehst, macht's Sinn. Das ist, glaube ich, das Geräusch, wenn man von seinem Ständer hochgehoben wird. Ja, aber wir hatten beschlossen, andere Leute zu daten. Aber nur, weil sie keine Lust mehr hatte, länger auf dich zu warten. Hör zu, sie liebt dich, aber sie wird nicht mehr ewig warten. Ich wusste, sie hatten recht. Eure Mom war die einzige, mit der ich den Rest meines Lebens verbringen wollte. Also sparte ich und ein paar Monate später kaufte ich einen Ring. Und wie war's? Hat dir dein Pesto mit Pesto geschmeckt? Beantwortet dieses Löcheln deine Frage? Lois, es gibt etwas, das ich dich fragen will. Willst du mich heiraten? Ach, Peter, es tut mir sehr leid, aber ich bin schon mit Tom Tucker verlobt. Ausgestochen von Tom Tucker. Das ist furchtbar. Wie findest du das 90er-Jahre-Star Joey Lawrence? Ah, oh, ah. Okay, was würdest du sagen, wenn ich dir erzähle, dass Blossom aus dem Showbusiness aussteigen wird, um einen Doktor in Neurowissenschaft zu machen und dann zurückkommt und 15 Millionen Dollar im Jahr verdient? Während du 20 Jahre durchschuften musst, all deine Haare verlierst und pleite gehst. Wow! Ja, da war es doch, genau das. Genau das wollte ich hören. Ah, das Fest zu Ehren von San Gennaro. Jedes Kind hier hat erlebt, wie ein Verwandter in einem Barbierstuhl ermordet wurde. Treten Sie näher! Bringen Sie eine alte Italienerin bei, wie man ein iPad benutzt! Das hört sich doch lustig an. Muss ich versuchen. Hey, alles gut bei dir? Guck mal, was ich für dich hab. Was ist das? Das ist ein Tablet-Computer. Den will ich nicht. Aber du weißt doch gar nicht, was das ist. Ich will es nicht. Du kannst damit Filme angucken. Meine Augen tun weh. Ich versuche hier nur, nett zu sein. Zum letzten Mal, ich will es nicht. Ich wette, wenn Joey ihn dir geben würde, würdest du ihn nehmen. Zieh ihn da nicht mit rein. Joey war ein guter Junge. Oh ja, ja, Joey war ein guter Junge. Glaubst du, er hat 100 Riesen im Jahr mit Nasenbohren verdient? Nichte damit an. Er war eine Ratte, Ma! Ich will das nicht hören. Ich werd das nicht hören. Er war ein Engel. Oh, natürlich. Engel-Joey. Toller Joey. Perfekter Joey. Ich muss jetzt in die Kirche. Schön, zünd noch ne Kerze an, als ob ihn das zurückbringen würde. Werd bloß nicht frech. Das wär dir lieber, wenn ich in dem Auto gesessen hätte, statt ihm. Nimm deinen kleinen Fernseher und hau ab. Es ist ein iPad, du dumme Kuh. Oh, jetzt habe ich wirklich keinen Sohn mehr. Ma, es tut mir leid, Ma. Ma, Ma. Hey, Bri, guck mal. Der Typ sieht wie Frank Sinatra Junior aus. Das ist ein Italiener Viertel. Hier sehen alle wie Frank Sinatra Junior aus. Und wer ist der Typ, der wie ein junger Frank Sinatra aussieht? Das ist Woody Allen's Sohn. Aber du hast recht, der Typ hinter ihm ist Frank Sinatra Junior. Stewie, Elliot. Ich heiße Brian. Wir sind uns schon sehr oft begegnet. Und wer ist dann Elliot? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Egal, was wir vorhaben, es geht schlecht los. Sag mal, was bringt euch Jungs zu diesem Festival? Mein Vater fährt gern weit für gecrushtes Eis mit farbiger Flüssigkeit drin. Sie haben blau. Und wir alle lieben italienisches Essen. Oh, ihr mögt italienisches Essen. Wollt ihr ein Hackbällchen? Ich verzichte dankend, aber es ist ein Jammer, dass wir in Kohau kein gutes italienisches Essen bekommen. Tja, vielleicht sollten wir drei dort ein italienisches Restaurant eröffnen. Unser eigenes italienisches Restaurant? Das klingt fabelhaft. Du, äh, du hast Hackbällchen in deinem Sakko? Oh ja, alle meine Taschen sind mit Alufolie ausgekleidet. Habe ich von meinen alten Kumpels gelernt, die Martin Junior, Joey Bishop Junior und Sammy Davis, den Dritten. Hey, wo ist Chris? Da drüben, in der Jahrmarktbude. Treten Sie näher und versuchen Sie Ihr Glühbein. Nimm deinen Hammer in die Hand. Hallo, 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 hallo. Das habe ich mir anders vorgestellt. Oh mein Gott, Chris verdient die Kontrolle. Ich weiß, es geht ihm genauso wie mir, wenn ich dich in Unterwäsche sehe. Oh. Ja, ich stehe auf dich, ja. Ich brauche sowieso mein anderes weißes Hemd wieder. Das hier fängt schon an zu muffeln. Und wenn ich eine andere Farbe trage, verwirrt es die Leute nur. Du hast nur zwei weiße Hemden? Ich hatte mal ein drittes, aber das wurde bei der Weinverkostung bei Michael J. Fox ruiniert. Der Shiraz ist ja vollmundig im Abgang. Verdammte Scheiße, was hast du nur für ein Problem? Oh verdammt, wer von denen ist der Chinese? Der wird's wohl sein. Nicht mal machen, Ding Dong. Jedes Ding Dong kostet zwei Cent. Was, was Sie wollen? Na, tja, ich wollte meine Wäsche abholen. Oh cool, sieht geil aus. Es macht bestimmt sauviel Spaß hier zu arbeiten. Aber ich war nicht auf dem College. Das 20 Dollar. Hey, ich glaube, Sie haben mein Hemd vergessen. Gebt kein Hemd. Doch, ich weiß, dass Sie mein weißes Hemd haben. Können Sie nachsehen? Nicht nachsehen, ich nicht habe ein Hemd. Ich sage Ihnen, Waschi Waschi, Sie haben mein Hemd. Ich nicht habe Ihr Hemd. Sie doch haben mein Hemd. Sie verlassen Laden. Wir holen Hemd. Ich soll zu für den Polizei. Dass Sie nicht wagen werden. Sie wollen Spiel spielen, Fettsack. Sie dicker, dicker. Hallo, Notruf. Gut, ich gehe, aber das nicht vorbei. Ich nehme ein Bild von Ang Lee. Gut, da sowieso zu viele Langnasenfilme machen. Sie niemals wiederkommen. Ich nicht möge den Amerikaner. Die Amerikaner alle gleich aussehen. Oh, wir sehen alle gleich aus, ja? Na, das sagt ja der Richtige. Was heißt, wir können da nicht mehr hingehen? Scheiß drauf, wir suchen eine neue Reinigung. Die sind alle gleich. Die sind nicht alle gleich. Peter, ich gehe schon seit zehn Jahren zu Mr. Waschi Waschi und ich werde mir keine neue Reinigung suchen. Also werden wir ihn zum Abendessen einladen und du wirst dich entschuldigen. Na schön, bitte. Hallo? Hi, Mr. Waschi Waschi, hier ist Peter Griffin. Meine Frau würde Sie gern zum Abendessen einladen. Was soll es geben? Nummer 32. Peter, gibt es da nicht was, dass du Mr. Waschi Waschi sagen wolltest? Peter? Bitte. Mr. Waschi Waschi, es tut mir leid, dass ich in Ihrem Laden unhöflich war. Gut, ich nehme an, ihr schlechte Entschuldigung. Schön. Und jetzt will ich mein Hemd wieder. Peter! Ich lege ab in ihr Hemd! Sie doch haben mein Hemd! Genug! Ihr alle nie wieder in meinem Geschäft! Ding Dong! Toll, Peter, gut gemacht. Das Essen war eine Katastrophe. Ach, die Eule aus Kampf der Titanen war schlimmer. Sie sind aus Griechenland? Da wollte ich immer schon mal hin. Wie ist es dort? Ich kann nicht, ich kann kein Wort verstehen. Tja, ich hab's dir gesagt, Lois, nur Harry Hamlin kann das. Wenn du die Eule einlädst, musst du auch Harry Hamlin einladen. Ich werde Harry Hamlin nicht in diesem Haus dulden. 4,13, 4,13. Ich glaub, wir sind da, Chris. Oh, die Mr. Zulu-Show. Zulu, er ist da der Show. Die anderen interessieren keinen Zwein. Der hat mein Hemd da drin. Ich kann es spüren. Na schön, ich geh rein. Ich wusste es Fallen lassen, ich schieße den Kopf weg Hören Sie, Waschi Waschi Das ist mein Hemd und ich werde es mitnehmen Das ist nicht Ihr Hemd Ach ja? Okay, ist nicht mein Hemd Sie eingebrochen, ich kann Sie töten legal Gut, schießen Sie, aber dann ist Ihr Hemd kaputt Runde mit Hemd Tja, eine klassische Patz-Situation Also, wie wollen wir die Sache regeln? Wir werden kämpfen, aber ich Ort aussuchen Okay Runde 1, kämpfen Hallo, Hogan Hallo, Hogan Hier Hallo, Hogan Kuh, 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 Kuh Kuh, Kui Du hast verloren Hi, ich bin Brian Griffin Und ich bin Stuart Viele von euch haben uns geschrieben mit Vorschlägen für Episoden, die ihr gern sehen würdet Die sind meistens göttlich schlecht Heute haben wir euren Rat beherzigt und drei eurer Lieblingsvorschläge produziert Lieblings? Das ist mild ausgedrückt Was ist das? Das Ding hab ich von Dharma und Greg Dass da was übrig geblieben ist Dann viel Spaß Ich fahr mit dem Bus, ich fahr mit dem Bus Sitze neben Pennern, da ist ein freier Platz Hoffentlich nicht vollgepänkelt Verdammt, ich hab es satt, das zu hören Es tut mir leid, mein Lieber, ich kann's nicht abstellen Erfüll, wie du meinst Dann werde ich der siebte Knochen brechen Ich wünsch mir, ich hätte keine Knochen Erfüll Jetzt stehst du da und staunst dich Oh nein Ich muss furzen Aber ich weiß nicht, in welche Richtung ich mich lehnen soll Naja, ich verstehe Ihr seid vielleicht ein bisschen besorgt, dass ich keine Knochen mehr hab Aber ich sag euch, das ist gar nicht mal so übel Das ist wie Knetgummi Seht mal, was ich mit Mary Worths spießigen Selbstbefriedigungsbildern machen kann Ganz recht, mein Sohn Die ist mehr als bescheiden Es wär doch möglich, dass wir uns dir anpassen Seht mal, ich mache einen Engel Siehst du, Lois, so hat alles seine Vorteile Lach bitte, während ich meinen Namen auf dich schreibe Lach los Aber Mom, ich muss unbedingt auf die Toilette Tut mir leid, aber euer Vater wird unheimlich schmutzig, wenn er hier überall rumrollt Da muss er zwölfmal am Tag baden Ach, ich mag Dad nicht mehr Ich hab ein paar Freunde eingeladen, um auf ihm rumzuspringen wie auf dem Trampolin Doch in seinen Speckfalten ist Reins Schuh stecken geblieben Seine Mutter hat ihn angebrüllt, als er nach Hause kam Und am nächsten Tag in der Schule hat er mich verprügelt Steht alles hier in der Broschüre Kinder, wir müssen lernen, uns damit abzufinden Wie in dieser Nachrichtensendung neulich, wo ein Familienmitglied einen furchtbaren Unfall erleidet Und plötzlich allen zur Last fällt Die geben zwar vor, glücklich zu sein, aber innerlich sind sie tot Sie sind tot Und so wird unser Leben auch verlaufen Was für ein fetter, knochenloser Trottel ich bin Ich hab mein ganzes Leben versaut, aber deswegen muss ich eures nicht auch noch versauen Leb wohl, grausame Knochen erfüllte Welt Oh, hierher fließt also das ganze Abwasser Schnitt und kopieren So, das war's Gut gemacht, Peter Kommst du zur Abschlussparty heute Abend? Na, ich weiß nicht Ich hab jetzt anschließend noch Stand-Up-Comedy-Unterricht an der Volkshochschule Eigentlich bin ich gar kein richtiger Stand-Up-Komiker, sondern mehr ein amorpher Blob-Komiker Den Satz muss ich mir aufschreiben Unsinn, das Studio wird ja ein Flachbett besorgen Wir sehen uns um acht Peter, es gibt etwas, was ich Ihnen schon den ganzen Abend sagen möchte Was denn, Mrs. Catherine Zeta-Jones-Douglas? Ich will Ihre Nichtknochen bespringen Hey, ich glaub kaum, dass ich Ihr Typ bin Wie Sie an meinem Mann vielleicht merken, stehe ich auf schlappe, unförmige Männer Ich bin mit Catherine Zeta-Jones verheiratet Möchten Sie mit mir schlafen? Tja, da muss ich leider passen Aber Louis Anderson ist gerade die Dekorationsseife auf der Toilette Treiben Sie es mit ihm Entschuldigung, sind Sie Peter, der menschliche Stanzsack? Es kommt darauf an, wer das fragt Ich bin Arzt und arbeite in einem Experiment, Qualmknochen zu verpassen Doch erst möchte ich es an Menschen ausprobieren Interessiert? Na, ich weiß nicht Sind Sie interessiert? Haben Sie doch eben gefragt Ja Gut, ich mach's Tja, Peter, die Operation war ein absoluter Erfolg Was werden Sie jetzt tun? Ich hab das Ganze nur gemacht, um wieder zurück zu meiner Familie zu können Das ist ewig her Was ist, wenn die mich nicht mehr mögen? Peter, was glauben Sie wohl, wer all die Knochen gespendet hat? Die Verrachtung Du meine Güte, soll das heißen, dass eure Knochen in mir stecken? Zum Teil Wir hatten einfach das Verlangen, deinen Torso zu füllen Wie hab ich schon immer gesagt? Eine ausgeflippte Familie ist besser als gar keine Familie Gehen wir nach Hause Wisst ihr, was merkwürdig ist? Das wurde von meiner Krankenkasse bezahlt Ich mach dir jetzt ein Fläschchen warm, Stewie Bin gleich wieder da Hey, wie war dein Date? Es ist noch nicht zu Ende Ich will den Quatsch nicht länger hören Als wir geparkt haben, da hat sie sich über mich drüber gelehnt, um mich aus meinem Sitz rauszuholen Und sie hat sich dabei extra Zeit gelassen, um nach dem Sicherheitsgurt zu fummeln Du weißt, was das heißt Bitte hör auf Der einzige Nachteil ist, dass sie Kinder hat Aber ich sagte, das ist für mich okay und schwupps, standen die Türen offen Klein, aber oho Trifft auf mich und mein Ding zu Ja? Was? Jemand hat Und ich bin da, was geht's denn? Oh Äh, nein, 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 ich wollte damit nur meine Aussagen unterstreichen Mach sowas nicht Ich bin sehr weit gelaufen, weil ich dachte, ich krieg ne Karotte sehr, sehr weit Leute, es gibt keine Karotten Lois, du hattest recht Diese Frauen haben schlecht über mich geredet Oh je, was haben sie gesagt? Ich weiß nicht mehr, wir hatten so einen langen Einspieler, aber es war echt gemein Oh, es tut mir leid, Peter Und was soll ich jetzt tun? Sie damit konfrontieren und ihnen sagen, warum ich wütend bin? Natürlich nicht Mit Frauen befreundet zu sein, ist wesentlich komplizierter Du musst viel hinterhältiger und fieser sein Du und ich werden uns an diesen Bitches frauenmäßig rächen Wirklich? Wir machen das zusammen? Ja, das wird witzig, wie als wir Kampfstein Galactica zusammen geguckt haben Welcher Cylon ist das? Ich weiß nicht, ich glaub, es ist Nummer 6 Warte, ist das dieselbe Nummer 6, die mit Dr. Baltar geschlafen hat? Ich guck diese Serie genauso lange wie du, Lois Ich weiß nichts, was du nicht auch weißt Oh, wofür ist dieser grüne Knopf da auf dem Schaltpult? Woher soll ich das bitte wissen? Keine Ahnung Er ist grün, also schaltet er vermutlich irgendwas an Eines Tages im Bus zur Schule lernte ich Jenny kennen Sie war die Liebe meines Lebens Seht ihr? Ein Typ mit ganz komischen Beinen Bewerfen wir ihn mit Steinen und nicht mich Lauf, Forrest, lauf! Und in einem magischen Moment, dessen Erklärung wohl aus Zeitgründen rausgeschnitten wurde Konnte ich plötzlich sehr schnell laufen Aber ich machte es zufällig vor dem gemeinsten Bademeister von Alabama Nicht laufen! Es ist für'n Film, Gott! Ich konnte so schnell laufen, dass ich Film-College-Football spielte Wo alle Tackler einen Meter hinter dich springen und dich verpassen Nach meinem Abschluss bin ich zum Militär gegangen und wurde in den Krieg verschifft In Vietnam habe ich meinen besten Freund Baba kennengelernt Der unbedingt seinen eigenen Tintenfisch-Kutter wollte Er wusste alles, was man mit einem Tintenfisch machen konnte Naja, da gäbe es Kalamari Und das war's schon Hinterhalt! Verdammt! Rette dich selber, Gamm! Lass mich hier liegen Na schön Baba wurde auch erschossen Und wie immer, wenn ein Soldat stirbt, besprachen wir Geschäftsideen Ach, ich sterbe, Forrest Ich will, dass du mir zu Ehren einen Tintenfisch-Kutter kaufst Wie wär's mit nem Fitnessstudio? Nur für fette, weiße Frauen Da könnte man Geräte aufstellen Halt, halt, halt Mit fette, weiße Frauen hast du mich schon überzeugt Es gibt nur eins, das ich über Vietnam sagen kann Auf dem Essen war immer so'n super leckeres, rotes Zeug Ich weiß nicht mehr, wie es heißt Es ist keine scharfe Soße, aber auch kein Ketchup Ich glaub, es hat einen Hahn auf dem Etikett Forrest! Jenny! Verdammte Scheiße! Seht ihr's ein? Deswegen nicht laufen! Hey, du kommst gerade rechtzeitig Die Folge mit dem Fettsack läuft Wie ich's hier beschreiben würde Wir sind ganz normale Leute mit langen Haaren Die ne Vorliebe für Suppe haben Und gern mit der Zunge heftig an was rumschlabbern Ehrlich, die Suppen spielen ne viel größere Rolle Als mir anfangs erzählt wurde Das kann ich nicht genug betonen Und während der anderen Sache muss ich immer krass pinkeln Da ist ein gerahmtes Foto der Großeltern an der Wand Das alles, was dort passiert, überwacht Ich weiß nicht, ob Stewie das gucken soll Entschuldige, ich bin nur völlig fixiert auf Peters Haare Jedes Mal, wenn er reinkommt, läuft das Gitarren-Intro von Aqua lang Ich bin mal weg Hab die Schlüssel vergessen Waren die Falschen Ich rede mit ihm Danke, dass Sie so kurzfristig gekommen sind, Doc Sie müssen mir nicht danken, das ist was Großes Es passiert nicht oft, dass Gott einer Frau seinen Sohn schenkt Ist das schon mal vorgekommen? Einmal Aber die Frau hat während der Schwangerschaft getrunken Das Kind war ne Vollpfeife Ich habe dieses Wasser in Kacke verwandelt Ich habe auch diesen Fisch in Kacke verwandelt Willst du dein Geburtstagsgeschenk? Ich kann mir denken, was es ist Haha, es ist eine Kaschmirjacke Wow, das ist ja wirklich richtig toll Aus Jacke wird Kacke Und, wie geht es meiner plötzlich lesbisch gewordenen Tochter? Klasse, wir sehen uns gerade nackte Bräute an Ich finde nackte Bräute ja sowas von scharf Ach komm schon, jetzt hör auf, uns was vorzuspielen Ich spiel euch hier nichts vor, Mom Was muss ich denn sonst noch tun, um es dir zu beweisen? Naja, wie wär's denn, wenn du deine Freundin küssen würdest? Bitte? Was war das? Ist sie etwa deine Großmutter? Tja, das war kein Kuss Pass mal auf Mh Hey, hier gibt's keine Truthähne, oder? Wir haben jeden Lebensmittelladen in der Stadt abgeklappert Nein, wir verkaufen nur kleine Päckchen mit seltsamen Vitamintabletten Die so tun, als würden sie dir in der Kiste helfen Mehr Kraft und Ausdauer für Männer Ich weiß, was das bedeutet Peter, das reicht Komm ins Päck Nein, auf dem Päckchen steht, ich muss spielen, bis ich wund bin Morgen, Familie Wenn mich jemand braucht, ich probiere meinen neuen Rasenmähertraktor aus Rasenmähertraktor? Hör endlich auf, diese albernen Sachen zu kaufen Du hast gerade so viel Geld für diesen Waschbärisch-Übersetzer verpasst Keine Übersetzung nötig Sagen Sie ihm, wir reden weiter, wenn er sich wie ein Erwachsener benimmt Sieh dir das an? Was ist? Wow, Sonnenfinsternis Die Sonne ist verdeckt Sieh bloß nicht direkt rein, Mann Was zum Teufel soll das? Ach, das war nur eine Bemerkung Versteh mich nicht falsch Aber hast du eigentlich einen Penis? Ja Wo ist er? Da drunter Bist du sicher? Also wie bei Schnubbi aus der Sesamstrance Ach, drauf geschissen Lois, hol das Lineal, wir messen ihn wieder Und diesmal entscheide ich, wo er anfängt Halt, Junge Meid Was ist dein Begehr? Peter, lass die Zugbrücke runter Ich hab das Auto voller Lebensmittel Sonst noch was? Ich war auch in der Videothek und habe Garfield 2 Faulheit verpflichtet geholt Hey, hör damit auf Da hinten sitzt ein Kind Haha, ich bin in Gefahr Hey Brian, ich werde diese Alu-Dose nicht recyceln lassen, sondern werf sie einfach in den Mülleimer Ha, du bist die Nutte von Mutter Erde Guten Morgen, Zivilisten General Griffin meldet sich zum Frühstück Dad, das ist nicht fair Du hast mit meinem Geld den Panzer gekauft und ich hab noch nicht mal damit fahren dürfen Gott, Meg, du schaffst es immer, mir den Spaß zu verderben Genau wie das Privatfernsehen Und nun wieder Showgirls Ja Nach 30 Minuten Werbung Jetzt ist es aus Griffin Fragt sich nur für wen Wenn es uns gelingt, dich zu befreien, wärst du dann bereit, diese Verbrechen öffentlich anzuprangern? Selbstverständlich Aber wie soll diese Flucht ablaufen? Das überlass mal schön uns Komm mit Hey, da sind sie! Schnappt sie euch! Gott, was hat der Junge für ein Talent Von ihm ist die Musik für die Kentucky Fried Chicken Werbung Die sind bei mir unten durch, nach dem, was die mit Fockern leckern gemacht haben Hallo, Hallöchen, was brutzelt hier denn leckeres? Ich bin gerade vorbeigewackelt und da stieg mir der Duft von elf Gewürzen und Sieh dir diesen Kerl an, rennt rum wie ein Huhn, dem der Kopf abgehackt Moment mal Jetzt hör mal zu, meine Schwester hat gerade angerufen Sie erwartet jeden Augenblick ihr Baby und jetzt hat Ted sie verlassen Oh, 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 noch mal von vorn Du hast ne Schwester? Ich hab versprochen, mit dem nächsten Zug zu ihr zu fahren Ach, die arme Carol ganz allein in dem großen Haus Augenblick mal, Carol, Carol, ist das die mit dem Whirlpool und dem Billardtisch? Ja Da sollte ich lieber mitkommen Wirklich? Das ist vielleicht ne Überraschung Ich bitte dich, Lois, wann hab ich dich jemals im Stich gelassen? Los, raus aus dem verdammten Wagen! Einschrei und ihr seid tot! Danke fürs mitnehmen, gnädigste Becky, bitte akzeptiere dieses GIF von Forrest Gump, wie er auf nem Boot steht und winkt als Lebewohl Du bist ein großartiger Mensch, aber mir geht das mit dir einfach zu schnell Es entwickelt sich fast so schnell, wie dieses GIF von Forrest Gump, wie er aus seiner Einfahrt rausrennt Überraschung! Becky, was willst du denn hier? Ich wollte vorbeikommen und Abendessen machen Ist bestimmt lang her, seit du was Schönes Selbstgekochtes gekriegt hast Das musst du nicht tun Hey, Mom 2 ist hier! Hey, Stewie! Was ist hier los? Wer ist das? Du hast mir nicht gesagt, dass du einen Hund hast Er soll sehr bald eingeschläfert werden Du solltest dich nicht an ihn gewöhnen Oh, aber der ist so süß! Es ist mir egal, wer sie ist Sie darf bleiben Mal sehen Empfohlene Videos für dich Joe Rogan interviewt Boss Baby Hänsel und Grete Fakt oder Hoax Oh, hört dir das an, Rupert? Die Wahrheit über Schläfchen Ich hasse Schläfchen Und ich liebe die Wahrheit Am 7. März 1999 erhob sich ein Aufstand in der Baumhaus-Kita in Atlanta, Georgia Der die Wahrheit über Schläfchen für immer enthüllen würde Harold Harry Brockmire, drei Jahre alt, verweigerte das Nickerchen Er war nicht müde, da er in der Nacht zuvor 16 Stunden geschlafen hatte Stattdessen malte er nach dem Mittagessen mit Fingerfarben ein Bild Das heute noch am Kühlschrank seiner Eltern hängt Ach du heilige Sch*** Fakt ist, Schläfchen dienen nur dazu, kleine Kinder zu unterdrücken Und als List, damit Eltern mehr Zeit allein haben Kann das wahr sein? Der Sache muss ich unbedingt auf den Grund gehen Wie ein knallharter Polizeiermittler Bin gleich wieder da Hallo Schatz Es hat an der Tür geklingelt, wer war es? Der Lieferdienst, wir haben Essen bestellt Oh, wo habt ihr bestellt? Bei dem Laden, den du hast Oh Ja Vielleicht komm ich trotzdem runter und setz mich zu euch Es ist eine Woche her und ich fühl mich schon viel besser Nein, nein, glaub mir, du willst da nicht runter gehen Brian redet gerade über das Wahlmänner-System Oh Dann ess ich einfach hier oben Excusez-moi Hi, ich hab ihre Analständerpillen von Gladiator Die Lieferung sollte diskret sein So, Stewie, dein kleiner Kopf braucht Ruhe Hier ist dein Fläschchen Deine Mom schläft auch Ich wünsch dir süße Träume Sie schläft überhaupt nicht Sie scrollt sich durch alte Fotos von ihr selbst Das ist genau das, wovon das Video gesprochen hat Ach, wie jung ich ausgesehen hab Oh mein Gott, jetzt retweetet sie was von Hoover, weil sie auf einen Gratis-Staubsauger hofft Oh, und jetzt hat sie einen Spendenaufruf für Frauen des Iran weggewischt Nicht mal ein Like Hey Dad, wo ist Mom? Sie ist oben Äh, sie ist, äh, im Großen oben So nennen wir den Himmel Hm, ich verstehe Ich sage TJ, dass mein verstorbener Mann Scott Das ist Mom gewesen Ich hab ihnen gesagt, jedes Mal, wenn eine Glocke kringelt, sagt ihre Mom von oben Hallo Hilfe! Hilfe, Hilfe, sie sagt Hilfe Sie verstarb unter schlimmen Schmerzen Pardonnez-moi Du hast deine Analständerpillen vergessen Das ist diskret Bring den Teppich um Hallo Ich, äh, was machst du? Hilfst du mir die Treppe runter? Der Arzt sagt, eine Woche Betthuhe Ich muss mal raus aus diesem Zimmer und mein Rücken bringt mich um Lois, wenn du den Rest des Abends hier oben bleibst, werde ich dir die eheliche Zunge gewähren Okay, aber diesmal darf ich die Stelle auswählen Kannst du mir das Heizkissen für meinen Rücken bringen? Es liegt auf dem Dachboden Der Braten! Moment, ich mach das Essen gar nicht Was geht, kleine Freunde? Ich bin Cory und heute zeige ich euch, wie man durchs Darkweb navigiert und den Schattenstart aushebelt Stu, es ist 3 Uhr, solltest du nicht schlafen? Ich schlaf nicht mehr, meine Augen sind weit geöffnet, Bri, und sie werden sich nie wieder schließen Was ist mit dir los? Ich bin mit Lügen gefüttert worden Mit Impfstoffgetränkter, Muttermilch und Lügen Ich hab kürzlich ein Video auf YouTube gesehen Jetzt geht's los Und es hat bewiesen, dass Schläfchen nur von Erwachsenen erfunden wurden, damit sie mehr Zeit für Quatsch haben Was? Und das ist noch lang nicht alles Babytruther1776 hat überzeugend nachgewiesen, dass Augen nicht so stehen bleiben, wenn ich schiele Siehst du? Komm runter, Stewie Ja, es gibt ein paar Notlügen, die Eltern Kindern erzählen Aber nur, weil sie zu ihrem Besten sind Tja, klar, das erzählt Britney Spears Vater ihr vermutlich auch Dad, darf ich etwas Müsli haben? Es gibt kein Müsli Und jetzt schieb dir das Pessar rein und geh für mich Geld verdienen Family Guy, wir sind auf Britneys Seite Jetzt, da es angesagt ist Heizkissen, Heizkissen, Heizkissen Oh, leck mich Hey, 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 was willst du, Bonnie? Ich hab Lois gesagt, ich bringe ein selbstgebackenes Sauerteigbrot Nein, sie will es nicht Was? Ich hab sie grad gesprochen Sie ist tot, Lois ist gestorben Geh weg Oh mein Gott Was hast du mit ihrer Waschmaschine vor? Die wird nicht verkauft Und du bräuchtest einen Rollwagen, um sie aus dem Keller rauszukriegen Wir haben einen Ich geb dir 100 Dollar Ja, ja, ist gut Okay, vielleicht, vielleicht Passt die durch die Ladeluke? Sieht aus, als ob sie durchpasst Die passt sicher durch Ja, ist gut Abgemacht, 100 Mäuse Heizkissen Wundervoll Fabelhaft Vermutlich ein Einbrecher Kein Stress Ich kenn den Der geht direkt in mein Bett Wow, was für ein Spiel Ach, das war unglaublich Einfach unglaublich Es fühlt sich gut an zu wissen, dass ich eine Starathletin geboren hab So, so wusste ich gut Wird es jetzt passieren? Wird was passieren? Wer zuerst im Schlafzimmer ist, darf unten liegen Stewie, komm die nächste Zeit nicht nach oben Der Boden ist wieder Lava Oh, wow Vielen Dank, Lois Kruppert Kruppert Nacht Eine Lüge Das ist keine tödliche Lava Was? Ich bin nicht gestolpert Du bist gesprungen Oh, auf einmal will der Typ, der zwei Päckchen am Tag raucht, ewig leben Hey Hey, Meg ist zu Abend Ach, schon gut Ich warte Ist irgendwie mein Ding Wie komm ich da bloß runter? Mit dieser Feder in der Hand kannst du fliegen Wirklich? Wow, danke, kleine Ratte Au! Oh! Mach noch einmal Schloss an deine Mülltonnen, du Arsch! Reizkissen! Wo warst du denn? Wo warst du denn? Und warum liegen deine Anhalständerpillen auf der Treppe? Ich wäre fast gestolpert Die sind diskret Und jetzt bringen wir dich wieder nach oben Ah! Ist schon gut, Peter Öffne einfach die Calm-App Ihre Kreditkarte wurde abgelehnt Hui! Nicht so schlimm, Peter Komm mit, ich habe einen wundervollen Tag für uns geplant Weißt du, Peter? Nicht viele Leute sind so tolerant der muslimischen Kultur gegenüber Ich finde, eure Kultur hat nur Gutes Wie diese Hooker Ich meine, wer will nicht mit ein paar Typen am Tisch sitzen und am selben Ding saugen? Wie oft wird die gereinigt? Niemals Und wie alt ist die? 80 Jahre Grandios Das ist so, als würde ich die Jacke meines Opas rauchen Vielleicht mussten wir uns erst die Freundin wegnehmen, um endlich Freunde zu werden Ja, vielleicht Oh, Quackmeyer Cheryl hat mich hergefahren und ich habe mein ganzes Geld im Restaurant ausgegeben Obwohl du sagtest, du zahlst Also, würdest du mich nach Hause mitnehmen, Kumpel? Also, wenn ich nochmal zusammenfassen darf, Sie wollen uns helfen? Ihr bekommt Transportmittel, Reisepässe, Essen, Ausrüstung Alles von A bis umgedrehtes R Vielen herzlichen Dank für Ihre Hilfe, Mr. Putin Wollt ihr den russischen Einspielgag sehen? Ja, gern Ein russischer Einspielgag Bitte, Mr. Griffin Wir müssen reden Machen Sie schnell, ich muss gleich einen fetten Haufen gebären Unsere Vorstandsmitglieder benötigen einen Highschool-Abschluss Und laut Ihrer Akte hier haben Sie nicht mal die dritte Klasse bestanden Wenn Sie die Beförderung wollen, müssen Sie zurück und sie abschließen Das klingt witzig, aber es klingt auch so, als ob es verdammt lang dauern würde Tut mir leid, das ist Ihre einzige Chance Naja, wenn es keinen anderen Weg gibt, dann... Wenn Sie das nächste Mal einen Glückskeks kriegen, machen Sie ihn nicht auf Die trojanische Schokolade hat unsere Erdnussbutter verunreinigt Die griechische Erdnussbutter hat unsere Schokolade verunreinigt Wir könnten die neue Geschmackskombination ausprobieren oder kämpfen bis zum Tod Hört auf, der griechisch-trojanische Erdnuss-Schokokrieg dauert schon viel zu lang Lasst uns einfach geteilter Meinung sein Was für eine erfreulich deeskalierende Formulierung, die ich heute zum ersten Mal höre Ja, lasst uns geteilter Meinung sein Der Krieg zwischen Griechen und Trojanern ist beendet Heureka, nun lasst uns scharfkantige Steine einen Strand nennen Mr. President, bitte, ich will nichts von Ihnen, das werden Sie bereuen Oh mein Gott, Bob's Burgers läuft Diese Serie gefällt uns jungen Menschen angeblich Diese Serie, und ich will nicht respektlos sein, wenn ich das sage Sieht aus, als wäre sie in einem fahrenden Auto animiert worden Ich wiederhole, bei allem Respekt, das sind wunderbare Menschen Aber oh mein Gott, Präsident Trump belästigt Meg Ich kann nicht glauben, was ich gerade gesehen habe, Mr. President Was würde Ihre dritte Frau, die Softcore-Lesben-Porno-Tante dazu sagen? Oder der echte Pornostar, der mir Anwalt Schweigegeld bezahlt hat? Es tut mir so leid, dass wir dir nicht eher geglaubt haben, Liebling Ja, wie kommen Sie dazu, sich so zu benehmen? Wieso denn nicht? Sie tun's auch Was? Als Sie durch diese Tür gekommen sind, haben Sie Bob's Burgers und hunderte Menschen, die dort arbeiten, beleidigt Ich hab doch nur rumgeblödelt Nein, haben Sie nicht Sie sind nur neidisch, weil die Serie alle Emmys gewinnt und die Kids sie lieben Sie wissen ja viel über Bob's Burgers Und ob ich das tue, Bob's Burgers ist meine Lieblings-Animationsserie Wow, da hast du deine Schlagzeile, Emmy-Gremium, lass dein Gewissen wählen Egal wie, was ich sagen will, ist, wenn Peter Griffin die ganze Zeit ein Arsch sein darf, warum darf's dann nicht Donald Trump? Ha, das ist nicht das Dümmste, was Sie je gesagt haben Gut, sind wir wieder Freunde? Nein Nein, nein, Präsident Trump, sind wir nicht Ich kündige Was? Ganz genau Und noch etwas Die Zeit, in der ich fies und beleidigend war, ist vorbei Von diesem Moment an bin ich der nette, freundliche Peter Griffin Sie können mich nicht einfach stehen lassen Ich bin der Präsident Sie sind aber kein sehr guter, wie der da Oder, oder, oder der da Oder der da Hey, welcher ist das überhaupt? Ich bin Grover Cleveland, der einzige Präsident, der im Weißen Haus geheiratet hat Oh, das ist eine schöne Geschichte Das ist eine tolle Geschichte Ich hab ein Mädchen geheiratet, das ich aufgezogen hatte, seit sie elf war Der bekommt dann wohl kein Musical Frisst Blei, ihr haarigen kleinen Spackos! Schluss mit dem Scheiß! Oh, cool, da ist was frei geworden Geh, geh, geh ruhig schon vor, ich kann warten Ich, ich, ich warte auf ne Kabine Los, Peter, wir verpassen das Spiel Hi Hey Verdammt, er hat schon angefangen Wenn ich nicht bald lospinkel, wird's komisch Dann ist er fertig und ich steh noch hier rum Komm schon, Peter Pinkel Dein Dad war im Zweiten Weltkrieg und du kannst nicht mal in den Pissoir pinkeln Was ist los mit dir? Und, fertig? Ja Ich weiß, dass du nicht konntest Ich geh in nem Treppenhaus pinkeln Ich bin der Direktor Sie wurden hierher gebracht, weil sie Kriminelle sind Das ist kein Ferienort Sie werden härter arbeiten, als sie jemals in ihrem armseligen, erbärmlichen Leben gearbeitet haben Kommt drauf an, was sie unter Arbeit verstehen Knicknack Vortreten, du Marde! Das nächste Mal kriegst du Schläge Und warum denn dieses Mal nicht? Oh, ich hab ja solche Angst Peter, hör auf! Mit deinem Stock fühlst du dich ganz stark, nicht wahr? Okay, ich hör jetzt auf Ja, hallo ihr zwei Wie läuft euer kleines Experiment? Oh, furchtbar! Mich hat ein neuartiges Spuckebällchen erwischt Steh auf du Faker, das war nur ein Spuckebällchen Okay, bis dann Bunny, wir sehen uns morgen Mach's gut Wer war das? Oh, äh, ein Scherzanruf Oh ja, da, davon krieg ich jede Menge Und ich komm einfach nie drauf, wer es ist Wer ist da? Rolli, Rolli, Dödelkopf Kannst nicht mal allein auf den Topf? Hören Sie, ich weiß nicht, wer Sie sind Aber Sie sollten das lieber lassen Ich bin Polizist Darf ich mal Ihren Führerschein Und die Rollstuhlpapiere sehen? Ich werde jetzt auflegen Nein, nein, ich hab noch drei Die ich auf eine Serviette geschrieben hab Ach, na schön, noch drei Oh, hallo Isabella Sag Mrs. Griffin, Mr. Griffin Mr. Griffin ist hier oben, Schätzchen Dann wünsch ich euch mal viel Spaß Okay, Wiedersehen Ich verstehe ja, dass du dir Sorgen machst Weil die Freundin von Chris Kinder hat Aber er ist glücklich Außerdem scheint sie ihn zu mögen Und sie ist Sie ist scharf Ja, das ist sie Hat mir die Lippe abgebeschen Das ist sie Ich finde sie Bis zum nächsten Mal. 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 Guten Tag. Du bist sehr gesund. Ich bin sehr gut. Bis zum nächsten Mal. Alles ist klein. Hahahaha. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich hab' abgeschworen, Brian, Ich hab' Ich hab' und fragt euch sicher, Ja, Ich hab' Ich fühl' Lassen Sie eine Nachricht Ich hab' Ich hab' Wir müssen uns über Danke, Ich hab' Ich hab' Ich hab' Ich hab' diese Woche rausgekommen. Was soll' Ich hab' Ich hab' Guck' mal. Dein allererster Teddybär. Oscar? Willst du ihn wiederhaben, Schatz? Dieses alte Ding? Nein, nein, danke. Aus dem Alter bin ich raus. Willst du ihn wirklich nicht? Ich sag' denn nein, okay? Hast du nicht ne Hochzeitskleid, was du halb anziehen und dann heulen kannst? Hallo. Oh, hey, Quaigmeyer, was ist? Hey, Peter, ich brauch' Hilfe mit meinem Computer. Ich find' meine Fotos nicht. Hast du in Fotos gesucht? Was ist das? Ein Ordner, der Fotos heißt. Den hab' ich nicht. Ich hab' nur 40 Ordner, die alle neue Ordner heißen. Hör zu. Klick auf deine Festplatte. Okay. Der kleine Pfeil auf dem Bildschirm. Bin ich das? Ja, das bist du. Also, pass auf. Warte mal. Was? Das Ding hat einen Taschenrechner? Sag' mir einfach, was du tun möchtest. Ich will nur Fotos von meiner Katze auf den Internet-Computer von allen laden. Da sind gerade Geschäftsbedingungen eingeblendet worden. Ich lese die mal durch. Klick einfach annehmen. Das wäre doch ein bisschen leichtsinnig, findest du nicht, Peter? Müssen wir das jetzt machen? Ich guck' gerade fern. Ich weiß. Ich habe nur Angst, dass jemand anders vor mir Fotos von seiner Katze ins Internet stellt. Und da bin ich immer nur der zweite Typ, der Fotos von seiner Katze ins Internet gestellt hat. Craigmeyer, ich weiß nicht, wie ich's dir sagen soll, aber es gibt schon Katzen im Internet. Warte da, da dreht sich so'n buntes Rädchen. Er ist eingefroren. Oh mein Gott, oh mein Gott, er ist abgestürzt. Die Kiste ist abgestürzt. Gott, Craigmeyer, beruhige dich. Wir kriegen das hin. Nein, Peter, das Ding ist im Arsch. Ich kann nicht mal... Oh, verdammt! Was soll der Scheiß? Sie haben auf Annehmen geklickt. Na, was geht ab? Was liest du da Schönes? Du weißt, dass ich mich der Poesie zuwende, wenn mich Herzensangelegenheiten bedrücken. Bist du glücklich und verbirgst es nicht? Sieht man es sicher in deinem Gesicht. Bist du glücklich und verbirgst es nicht? Klatsch in die Hände. Autor Unbekannt. Herzensangelegenheiten? Was meinst du? Nun, Lois hat meinen alten Teddybär Oscar auf dem Speicher gefunden. Und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Wegen Rupert und so. Spiel doch einfach mit beiden. Das kann ich nicht. Oh, das würde mich gruseln. Ähm... Okay. Oscar war mein... Naja, er war mein Erster. Und das ist immer aufregend. Aber... Aber ich war jetzt so lange mit Rupert zusammen. Aha. Unsere Finanzen sind miteinander verknüpft. Wir haben ein Leben aufgebaut. Andererseits ist Oscar der Einzige, der mich wirklich zum Lachen bringen kann. Ich bin mit Rupert doch hauptsächlich wegen seiner Versicherung zusammen. Stewie, ich finde, du denkst zu viel nach. Du hast recht, du hast recht, Brian. Ich bin mit Rupert zusammen. Ich muss Oscar einfach vergessen. Ganz egal, wie intensiv unsere Beziehung war. Das ist der Wahnsinn. Als ob du alle Farben, die es gibt, genommen und gesagt hättest, Scheiß drauf, hier ist ne neue. Hi, kann ich Ihnen helfen? Kommt drauf an. Können Sie ne Schottkiste reparieren? Bisher hab ich's immer geschafft. Ah! 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 Okay, ich verstehe, wo Ihr Problem liegt. Ich wollte online ein Pullover kaufen und hab mir, glaube ich, ein Virus eingefangen. Nein, die Pornos sind nicht das Problem. Laut Browserverlauf haben Sie scharfe-latinas.net besucht. Aber auf der Seite gibt's sehr viel Malware. Oh. Ich persönlich empfehle College-Latinas. Ich mein, ich will Latinas sehen. Ich will aber auch, dass sie meine Sprache sprechen. Meine Sprache sprechen. Ganz genau. Wow, Sie stehen also auch auf dieses Zeug? Aha. Wollen Sie vielleicht mit mir Abendessen? Nichts lieber als das. Entschuldigung. Ich habe gestern diesen Laptop gekauft, aber als ich nach Hause kam, musste ich feststellen, dass schon jemand ein Stück aus diesem Apfel rausgebissen hat.